das mal was die und herzlich willkommen zur Folge von Blacklight Redemption mit mir der Showbox und dem Sauschen Cola Moin und ich bin wieder ah im normalen Blacklight also in der in der wenn die denn nicht Beta genau oh shit oh shit und dass ihr ähm also in dem in dem Patch ähm da ist ja der Rückstoß noch richtig ähm eigentlich gar nicht vorhanden also wenn man dann hier spielt also ist man nicht wirklich schlecht irgendwie aus komischen Gründen aber man hat richtig mit dem Rückstoß irgendwie zu kämpfen ja man hat richtig zu tun wie bei den Loops sind irgendwie auch hier dabei ja das gibt es ja auch natürlich Sydney hat wieder zugeschlagen oh nein Sydney hat übrigens nicht der hockt die ganze Zeit mit der AMR rum auf Halo Deck oh man und das mit dem neuen Patch ähm da soll sich am 1. März auch irgendwas ändern ich sag jetzt hier mal nicht zu viel eher dass alles Bullshit ist was ich glaube aber ähm sobald das irgendwie was sobald wir was wissen zeigen wollen wir euch auch mal ähm äh euch zeigen jetzt sagen wir euch nochmal wie ihr das dann runterladen könnt denn da fragen manche nach genau und so lange ähm so lange geht der Plan hier so weiter wie ihr das auch schon könntet zwei Patches ein normales Nacht und ja und ja denn wir haben nämlich gehört dass unsere Spielstände wahrscheinlich von dem neuen Blacklight verloren gehen aber wir das für ähm die Spielstände vom alten behalten können und quasi nur ein mega Patch gibt mit Grafikwiederholung dies das anders ich würde es hier nichts wie gesagt nicht über ja hey was war das denn wir dürfen uns ja nichts ansagen weil wer weiß ob das überhaupt stimmt oder so wer weiß vielleicht sind wir auch die Blacklight Entwickler und sagen es noch nicht aber ich glaubte es gibt nicht viele die das er sieht erst weißt du er sieht mich gar nicht er will mich nicht sehen ne komm mal raus Showbox komm mal raus komm mal raus komm mal raus der wird nicht sterben der hingeht der da oben nervt grad bisschen B**** überrascht dafür finde ich jetzt natürlich tausendmal besser dass man hier sowas noch hat wie Revolver und äh Revolver ja das auch natürlich aber auch hier Tomahawk denn bist du gestorben ne sowas macht halt auch die Sache viel actionreicher zu wir hatten damals ja noch in dem neuen Gesetz auch einen Bogen geben den Bogen den das ist das erste was ich mich verzeihen kaufe Sidney nein man der Sidney doch mal richtig der braucht eine leere Showbox so das erste wofür ich mir ne Camo wahrscheinlich kaufen werde so nen Bogen ja ne extra Camo gibt's da Camos ja ich ähm keine Ahnung alter ich weiß nur das Showbox jetzt stirbt wie er ist nicht drauf gegangen alter ich hab mit Tomahawk direkt ins du rennst immer mit dem Tomahawk vor das ist richtig dumm ja ich mag das Tomahawk jungen ja du hast es noch nicht so lange an ich denke nur wenn das dann irgendwann mal implementiert wird dass das dann irgendwelche Bugs gibt ja ne ist ja logisch ne das wäre ey lächerlich lächerlich gerade für die Spieler die bisschen viel erreicht haben oh alter ich raste gleich aus was ist hier los Schubb was machst du denn du ich war's grad mit wie warst du noch mitten im Anfang von der Lachnade Sequenz Fast Reload Punkt Rar oder Zip wie du dir ja wisst ist der Hack lebt sie schneller nach oh ich werde hier von 10 Seiten beballert na aber Showbox du rennst immer mit der Granate oder mit Tomahawk vor ne ich gehe darum dass ich nicht die Spuren auch nicht schon überarbeitet und dann bist du mitten in der Action bist du dann dann bist du kommend überfordert sehr logisch Alter man muss hier richtig runterziehen das ist übelst komisch wenn du die ganze Zeit das andere gespielt hast alter aber dafür läuft es ganz nicht gut 3 ich hab vor uns 5 4 jetzt hab ich Rechner Rechner 8 Kills gemacht ohne zu sterben nein Annäherungsmine ey wie im Annäherungsmine Simulator mal ohne zu sterben Annäherungsmine Simulator von hinten Sidney Mann Alter ey Showbox Sidney braucht mal einen Schlag auf die Eichel ohne Witz ja weiß ich der wird gleich von mir hart vergewaltigt der rennt hier mit ARK rum und Boah Junge wie die ich auch zu Tode rushen geh Sidney 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 ich hab Sidney also das Spielerlebnis ist hier viel schneller als in dem quasi neuen auf jeden Fall vor allem auch weil jeder andere das Equip hat meiner Meinung nach viel mehr Sprengkörper Hashtag Annäherungsmine ja viel mehr Sprengkörper viel mehr Sprengkörper viel mehr Spieler logischerweise auch also naja ist halt volle Partie gibt's auch auch schon wieder von zwei Seiten Sidney Sidney braucht einen Schlag nicht mit der AMR danke jetzt gibt's ein Hardzude es gibt auch schon einen Haufen Leute die sich was gekauft haben für sehr viel Cent ne 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 bei der neuen Platt ähm ich hab hier ein kleines Hardzude Problem Showbox oh das hätte fast schiefgegeben auch Mann Sidney Sidney ich bin aber auch grad voll im Loserteam Junge ach du bist im Loserteam das sind 20 Kis unterzieht unterzieht ich kann nicht mehr reden Leute das ist halb zwölf unterzieht Junge das ist halb zwölf ja wenn man halt zur Uhr guckt und dann weiterläuft ne stopp man richtig dumm also 236 Showbox ja was willst denn du da kannst du nicht mithalten na weiß ich geh mich nicht aufm Nuss aufm Nuss ne aber Blacklight ist jetzt wirklich ich nenne das ist jetzt der Annäherungsminensimulator ja oh fuck oh shit oh man Sidney ich mach jetzt noch nein schon vorbei das war ja geil alter ich hab grad angefangen Kills & Streaks zu machen Alter guck mal wenn du mal die Punkte vergleichst ich hab 3300 keiner von denen die mir hat annähernd so viele Punkte also ich wär locker zweiter ich bin zweiter vom gesamten Spiel her aber ich meine aber ich war halt voll im Loserteam ne 30 KD ist trotzdem scheiße ja na weil ich halt im Loserteam war mein Team war so bad das andere Team war so gut ja mein Team war gut ich bin irgendwie immer erst da ja wir sehen uns gleich wieder Zeit und du bist gleich bis gleich bis gleich bis gleich bis gleich was glaubst du jetzt Leute mein Leute bin auch wieder dabei jetzt wechseln du ja ich hab grad immer Franzose dieser Neko Cola Stylist Franzose wenn ich sagst du ich bin nicht die einzige ich bin nicht die einzige Cola ich bin nicht die einzige Cola oh shit wo ist die Granate oh shit da ich musste ihn töten oh gott Showbrook ist immer noch dieser Team ich verstehe das langsam nicht mehr warum das immer so ist ja ich auch nicht gibt es mal eine Beschwerde was ich ultra cool finde ist das Sprinten ja man kann einfach loll Sprinten ist was ganz besonderes in dem Spiel ne ich mein wir können wieder sprinten ja so im Gegensatz zum haben wir das alte das neue wirklich gesucht ist und das ist ja jetzt quasi im Anführungsstrich dann das alte ähm und da kann man ja nicht wirklich sprinten weil man noch keine Ausrüstung hat und deswegen ähm oh das war nice im Treppe hochgehen hab ich dich erlebt ist das Sprinten jetzt hier eine ziemliche erleichterung Junge jetzt labert mich dieser Franzose zu ja ja also dich ja mich alter das ist schon voll traurig du bist ne du bist jetzt nicht so der King in Französisch ne na vier geht ne Mann was macht dieser Luke Typ der springt hier über alle Berge ja du kämpfst auch wieder nur oben ne du Sack halt bei die Fresse ich kse ok ich komm runter 8-0 ja eben oh Gott das Nachtlern das Backlern du bist so Showbox ich bin nicht unten oh shit hier steh ich gar nicht gut oh shit oh nein ohhh jetzt bin ich unten gestorben wie schade wer dir das gedacht ok ich ich chase dich jetzt nein ich misse jetzt mein Spielzeug alter mein Spawn doch instant ist ja voll geil und ich hab einfach nicht diesen Fliegengitter-Effekt den ich sonst immer hatte im alten normalen Dingensens Hallo Dingensens und und höh ha da ist doch gar nicht ob die Soundeffekte äh überarbeitet worden oh ne uh ne ooh ne ne die ist unser öh äh Hä was hat er lauwe Oho Showbox jetzt kämpfst du oben du scheiß Spast doch gemacht du scheiß i r schade ich hab dir noch zwei hits reingedrückt ja klar da kommt der nächste also du sag mal wer hat mein zirker aber ja, warte, hier what the fuck was wird das sein Oh man, wo sind die alle? Oh, Showbox, dein Ernst? Ich werbe es in die Masse und ich treffe dich also. Ich habe gerade seit gut zwei Minuten bestimmt kein Kill mehr gemacht. Ja, dann darf ich von 9 anfangen. Das gefällt der edlen Zuschauerschaft nicht. Hier. Edel. Aber diesmal ist das Team etwas ausgeglichen. Gefällt mir nicht. Kein gefällt mir nicht. Bis like. Hamster Hero. Der Hamster Hero ist auch ein Harder Care. Sind Kriegskriter. So, Peter Tester, oder? Man kriegt nur dieses. Keine Ahnung. Auf jeden Fall muss ich jetzt noch ein bisschen Kill machen. Oh, grau. Bis lange bis man es ist, wenn man beim Granat nach rein wehst, nicht treffen. Du, aber du riechst mal ein, nimmst mich auf. Du riechst, okay. Ja, besser als Granat. Aber wie viel wie nichts. Ja, mit Nate Spam so nehmt. Eben. Haha. Headshot. Haha, Headshot. Oh, Junge, Alter. Geh mal nie aufs Nuss. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, Headshot. Ey, Headshot-Kombo-Leute. Jetzt bin ich ganz ungünstig hier. Mitnimmst du schon wieder? Geh mal weg. Ich hab mich auch noch selbst suizidiert, ne? Mit dem Dormark? Nein, mit der Granate, mit der ich gekillt hab. Ah, ne, du hast mich nicht mit der Granate getötet. Du hast mich mit der Max, statt auf dem Max, ne? Was die alle fre... Alter. Was die alle fressen an Kugeln? Er ist der Wahnsinn, gell? Hey, ich mach nur Headshots. Funktioniert mein Hack? Oh, das meiste, was an dem Spiel nervt, sind Assists, oder? Warum kriegen nicht beide einen Kill, wenn sie beide... Oh, aber jetzt ist er einmal, einmal, Mann. Oh. Ah. Jesus. Ich führte schon wieder. Bullshit. Nicht führen. Immer dein Team, denk mal drüber nach. Beziehungsweise, andersrum, wenn man mein Team gewinnt. Höh, Headshot. Ich war schon um die Ecke, Mann. Alter. Du hast auch eine viel bessere Macs als ich, ne? Ach so, ja. Ich hab ja hier no Geld, deswegen. Ja, ne, dann kauf dir Geld. Was ist denn der schon hinter mir? Mann. Ach, 21, 7. Na, nicht mal eine 3er-KD. Lachhaft. Das wäre in dem neuen Blackout, wo echt nur Lappen rumrennen. Gar nicht mal so lustig. Das gefällt mir nicht, hier. Boah. Alter. Jedes Mal, Showboxen machen eine Challenge. Ah, ne, du kannst es ja nicht töten. Jedes Mal, wenn ich gefällt mir nicht töte, muss ich was sagen, was mir nicht gefällt. Oh, ist, ist klar, Alter. Ich bin halt angehittet durch Gift-Muny. Gift-Muny. Gefällt mir nicht. Was gefällt mir nicht? Was gefällt mir nicht? Gift-Muny gefällt mir. Gift-Muny, Mann. Oh, und Machete von hinten gefällt mir auch nicht. Fire-Muny. Alles. Alles inzündung. Gar keine Muny. Ja, ja. Wir sollten uns mit Federn beschießen. Fäden. Boah, er checkt auch einfach nichts, der Typ, Mann. Wird von hinten angeschossen. Ich bin Erster. Leute, nennt mir, also ich will, das soll jetzt irgendwie gar nicht Arrogan führen, aber ich bin besser als Showbox. Ja, ihr steht wieder zu Glück. Nein, das, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass ich irgendwie immer Erster bin. Ja, ist ja normal, Junge. Ich bin schon seit über 1000 Stunden Blacklight. What the fuck, was steht da hier? Nee. Showbox, deine Granate kannst du behalten. Ich lache, ich lache. Okay. Sorry. So, jetzt lachst du aber bitte, ja. Äh, 27. Ach du, ich hab auch 27. Wir haben gleich viel Kills. Nur, dass du zwei Deaths mehr hast. Nice, Alter. Bist halt schlecht. Jetzt hab ich ein Kill mehr. Ja, ich find den Regal-Contro immer noch viel zu krass. Oh, jetzt hab ich auch ein Deaths mehr. Oh nein. Manche können nicht schießen, aber ich hab grad zwei Magazine auf den geballert, das hat mich nicht getroffen. Ist so, manche haben echt, sind also komplett verplant oder finden die Maustaste grad nie. Oh, jetzt hab ich mich viel mehr angeschossen. Ja, ich bin besser als Jogux. Ja, aber richtig knapp, Alter. Was habt ihr jetzt noch gewonnen? Wir haben vor uns um 20 Kills geführt. Ja, voll geil. Junior-Sinner. Hey, Junge, aber die Runde war richtig gut, das muss ich sagen. Junior-Sinner. Die Runde hat mir sehr gut gefallen, aber wo du letzte Runde noch besser warst, ne? Nein. Ich hab letzte Runde nicht so viel Kills. Ja, Alter, ich hab's eigentlich Kills, Junge. Das war jetzt meine zweite Runde, als im Blacklight gewesen, ne? Überhaupt jetzt in den letzten Wochen. Ja, vielleicht, aber vor allem, weil wir sind ja jetzt das ganze Rückschlusszeug nicht gewohnt. Eben, wir haben trotzdem schon mal besser als sonst. Hä? Hä? Man, die sind halt so schlecht geworden. Funktionieren unsere Hacks? Hä? Hä, was los, hä? Vielleicht spielen alle Post jetzt das neue. Vielleicht ist auch der Router kaputt. Der was? Der Router. Hä? Pingschellen, meinst du? Ja, genau, Pingschellen, Junge. Okay, Leute. Wenn's euch wieder gefallen hat, oder zum ersten Mal gefallen hat, ähm, dann lasst eine positive Bewertung da. Und dann, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. 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 Ciao.